Was hast denn du da? Geh mir nicht auf die Nüsse. Unsere zarten Weihnachtsmandeln mit einem Hauch von Zimt, verpackt in der Standbodenbox, individuell gestaltbar, auch schon ab kleinen Mengen lieferbar. Hört sich gut an. Ja, und das neue für Weihnachten. Dem habe ich nichts entgegenzusetzen. Bei mir wird es klein, aber hoho. Nämlich mit unserem 10 Gramm Nikolaus in der Werbebox mit maximal großer Werbefläche. Leckerer kann Weihnachten nicht werden. Sehe ich genauso. Lass uns beginnen.